hier eine werte dame ist unzufrieden und zwar katharina von französisch französisches königreich unsere katharina morgen abend bin ich ja bis dann auch wieder das auch da wenn wir civilization 2 spielen weil dann würde ich morgen das habe ich echt noch gar nicht reingeworfen ist mir natürlich sehr schön wenn du hierbei selbst spielst und wie gesagt wenn es dir ein wenig reduziert kaufen möchtest beziehungsweise ja wenn du es reduziert kaufen möchtest nimm instant gaming wenn du mir noch ein bisschen unterstützen möchtest außer mit den follower denn kannst du natürlich gerne noch über instant gaming über mein partner link kaufen so steht halt unten alles in der beschreibung so und zwar ist die unzufrieden die katharina und das gegen abend wieder ist kein problem wir würden sowieso eher abends schweben ich denke so gegen 19 uhr würden wir na ok 19 uhr ist eine doofe zeit jetzt so 20 uhr 30 würden wir frühestens anfangen also oder ja so ok also die möchte jetzt freundschaft verkünden abkommen ja die die ist halt unzufrieden wollen wir die unten ja ich lass die unzufrieden sein oder ja du bist hier ein bisschen müde an frank ich kann mir keine bedingungen vorstellen aufgrund derer ein schiff sinken sollte moderner schiffsbau weiß das mittlerweile zu verhindern so schiffsbau ist fertig ja gut wenn frank jetzt müde wird dann machen wir doch nicht mehr so lang auch wegen den let's play das jetzt doof wenn ich bin in der folge denn ohne frank auf einmal da sitze also mal gucken wie lange wir noch machen bis 0 uhr machen wir garantiert aber noch so oder so währung greiterei ähm kartografie bewässerung bergbau oder astrologie ich bin ja schon die ganze zeit für bewässerung aber eine währung wäre vielleicht auch gar nicht so gespricht ja im prinzip ist das alles wichtig aber das ist die prioritäten festsetzen wird erst mal sagen wir machen bewässerung weil ich das ganze zeit schon wollte und dann machen wir danach ein währung so du dann machst du jetzt noch bis oben richtig durch und dann hör mal auf so machen wir es genau so und hier stadtzentrum ist erledigt ähm siedler handwerker händler späher krieger oder bogenschützen so lassen wir nochmal den chat entscheiden klingt gut okay dann machen wir das so ja gut also ähm also der morgen ähm so der morgens 2 und ähm wann ähm dann nächst über die woche nächste woche halt verteilt mal so der morgens 6 auf der map wobei wenn es ähm gut bogenschützen hat gesagt wenn wir so einen haben wir hier unten welche sind das gerade die hier ihr könnt natürlich hier angreifen aber ich sag mal noch ein bisschen durchheilen und nächste runde was ist denn das hier warum habe ich hier unten arabische krieger die mein land verteidigen das römische reich untergehen roten kaputt macht dann kommt da irgendwas raus hm gut wir haben jetzt haben jetzt mal wieder was neues gemacht und zwar in der wirtschaft und zwar das neue ist landvermessung und kolonialisierung ähm kolonialisierung 50 pro um plus 50 prozent produktion für siedler und landvermessung reduziert die kosten für den bau eines geländefelds um 20 prozent hm jetzt natürlich die frage hm was nehmen wir die siedler sind erstmal wichtig also meinst du plus 50 pro prozent produktion bei siedlern mhm so und jetzt können wir ich lass nochmal einen chat in ähm scheiden drama und dichtung mystik oder stadsdienertum so gut gut also morgen civilisation 2 und dann über nächste woche in der map hier mal gucken civilisation 2 habe auch noch mehr nichts zum laufen bekommen aber dann auf jeden fall morgen ja denn ich werde jetzt probieren demnächst so oft zu streamen wie möglich und wenn ich streame dann civilisation weil das ist einfach ein so episches geiles spiel das muss man streamen und ich trinke nochmal einen schluck so unsere bogenschützen sind hier noch an der reihe ich könnte natürlich angreifen hier angreifen hier angreifen da hinten angreifen oder naja hm greift da mal an ein fährt tot ich weiß nicht ich glaube das geht nicht rein ins haus ah fuck bis zur heilung von schanzen und die hier manchmal so wo und wo sind denn jetzt eigentlich unsere ähm wo sind denn jetzt eigentlich unsere werten ein ein handwerker hin habt ihr doch hier auf dieses feld gestellt und dann haben die gegraben und jetzt sind sie weg die werden ja immer tot sein ja die sind doch nicht gestorben gut nach der runde hier haben wir jetzt ähm galere fertig das heißt wir können auch schön übers wasser wir wurden noch nicht mal angegriffen wir sollten denn gestorben sein mach ich halt ein paar neue handwerker jetzt sind meine jetzt sind meine auch tot so kalt machen den da da müssen wir hin die müssen wir kalt machen so so wir können jetzt aufs wasser und das mache ich auch so mitten rein ins wasser jetzt wählen wir eine neue produktion boah jetzt haben wir aber viel zur auswahl mhm also soll ich dich oder den chat fragen frank? hm frag mal den chat soll ich immer den chat fragen oder? ja also aber du kannst ja auch deine meinung sagen ähm hm ich lass mal das oben weg wir brauchen jetzt ein ach ich sag einfach wir machen einfach gleich handwerker aber wir brauchen wieder welche so die hier die nächste runde die anderen sind weg? die anderen sind wirklich weg? ich weiß nicht wo die sind ich hab die aufm feld gesetzt hier und dann haben die doch eigentlich angeblich haben die doch eigentlich angeblich hier was gebuddelt oder so und dann waren sie weg Handwerker genau sagt der chat auch lol mhm genau ähm eine bewässerung haben wir fertig und jetzt können wir eine neue forschung wählen währung habe ich ja gesagt nehmen wir währung mhm macht die da jetzt kalt interessiert das noch nicht was der von mir will gleich mal nach hier mal nach hier ich geh mal ein bisschen am wasser entlang jetzt runde oder so soo ich geh mal ein bisschen nach da soo die sind tot ich lebe erstaunlicherweise noch gut gegen die würde ich auf gar keinen fall gewinnen also einmal verschanzungen weiß ich nicht hier unten kann ich jetzt auch mal langsam nach oben schicken soo soo gut aber die bogenschützen sind jetzt genau passend fertig die fortbewegung durch im wald dauert halt jahre mhm finde ich aber sehr schön dass das so realistisch gemacht ist so eine produktion wählen erstmal hier hin und jetzt wählen wir eine produktion und welche nehmen wir diesmal lass ich aber dich entscheiden campus hängende gärte hängende gärten hängende gärten siedler, handwerker, händler ähm späher, ähm kürger, ähm hängende gärten ist ein gewissen Wunder was? das ist ein Wunder ja soll ich es nehmen oder wie? mhm das ist nicht schlecht für die hauptstadt soll ich es nehmen? also ich hätte damit jetzt kein Problem mhm na gut da kann man zwar nichts anderes mehr machen denn in dem Moment aber das war ziemlich lange dauern für 70 Goldmünzen ja 21 Runden also egal wir machen es jetzt für 70 ähm Goldmünzen könnte ich ein weiteres Stück daneben kaufen mhm wo ich das denn auch rein stelle direkt ach hier muss man die Ressourcenfelder kaufen ah naja muss nicht ich könnte es auch ähm rein stellen in unser Land aber ähm dann hätte es einfach automatisch gleich mit ausgeweitet weißt du dass wir dann zwei fliegen mit einer Klappe mhm also ja, nein, vielleicht ja nicht schlecht mhm da brauche ich das mal nach hier ja weißt du dass jemand in Campus wann ist denn der fertig? oder auch nur Jahre? oder ist der schon fertig? es ist eindeutig nur überhaupt still wie war das hier Campus noch 13 Runden okay gut nächste Runde es dauert hier anscheinend noch ein bisschen nimm das untere nimm das untere das vorne das untere we are by the grace of god victoria queen of the united kingdom of great britain and ireland and soon dare I say the empire ja warte mal hier hat grad die britische Königin was gesagt Entschuldigung die ich jetzt nicht das untere genommen habe erstmal einmal ein chat okay ähm seid gegrüßt durch Gottes Gnaden sind wir victoria ähm von Großbritannien und und bald schon wenn ich so sagen darf das ganze Reich ist okay hast du es genommen? habe ich genommen? okay habe ich genommen oh ich habe es genommen aha das fällt meinst du okay ich habe es genommen ähm möchtet ihr unsere ähm nahegelegenen Stadt besuchen und okay also mal wieder Frank diesmal frage ich mal ausnahmsweise nochmal dich ähm also England hat gefragt wollen wir die besuchen oder nicht und ich finde ja die besuchen auf jeden Fall England ist auf jeden Fall wichtiger als Frankreich auf Wiedersehen so bitte warten das dauert jetzt ein paar Runden das dauert jetzt ein paar Runden ein Barbar der hier denkt der könnte was anrichten naja wir würden halt komplett verrecken ja los müssen wir machen es ist äh die einzige Möglichkeit denke ich gut dann braucht der hier noch Befehle wir bewegen uns grad sehr sehr schön auf dem Wasser fort mhm auf der Küste bin ähm würde ich bin ich äh derzeit ein bisschen und auch dieses Kartensystem extrem geil ist halt so manches halt noch nicht aufgedeckt dass man das noch machen muss und was denn da ist ist man das geschehen kann man auch nicht übersehen ich finde das einfach richtig geil gemacht mir gefällt das richtig gut Scheiße das hört sich richtig krank an was er grad gesagt hat also es ist eine Schande dass wir Gewalt einsetzen müssen es ähm äh ziemt sich nicht äh anderen von Königlichen wie ähm Blüte töten ok also ähm äh wir sollen nicht töten erklärt einen Überraschungskrieg gegen euch ok auf Wiedersehen scheiß wir haben nen Krieg am Dampfen fuck 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 hm Frank wir haben grad nen Krieg von Arabien angesagt bekommen so ein Mist was soll denn das wieso wir können ja nicht auf einmal nen Krieg anbündigen hier sondern nicht der König hier da brauchen wir noch keine Befehle ja dein erster Kriegseinheiten bauen hä verstehe ich grad nicht ähm so 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 ok nächste Runde nächste Runde also mit denen haben wir Krieg die ist ja unzufrieden das heißt da haben wir wahrscheinlich auch bald Krieg ähm die sind auch unzufrieden warum sind denn hier alle unzufrieden gute Frage gute Frage hm ähm dein erster Krieg nun ähm musst du Einheiten bauen überall oder sehe ich das falsch ähm ne na klar die Einheiten bauen überall aber das Problem ist ähm das dauert noch welche überall Einheiten bauen kann hier 10 Runden hier 16 und da ok 4 auf 4 gehen aber ok hier werden oder werden hier noch Einheiten gebaut ne ein Campus das dauert noch eine ganze Weile ähm 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 ok hm 2 hin 5 4 5 6 5